Das Bild mit zwei bis drei Bildgeneratoren erstellt, offensichtlich weiß er es selbst gar nicht mehr so ganz genau und er hatte hier zwei bis drei Tage Arbeit, die ihn das gekostet hat. Das Bild wird nach seinen Vorstellungen erschaffen. Klar, er hat ja irgendwelche Prompts eingegeben und er schätzt, dass immer noch ein eigener kreativer Anteil von 50 bis 80 Prozent vorhanden ist, auch wenn er eben das Ganze mit KI generiert hat. Und weiter sagt er, ich habe 30 Jahre fotografiert, denn er ist eigentlich ein klassischer Fotograf, der Boris Eldersen und je mehr ich über die Technik des Fotografierens weiß, desto mehr kann ich steuern, dass ein KI-Bild aussieht wie eine wirkliche Fotografie. Und natürlich fließen ja auch seine Erkenntnisse aus der Bildkomposition und so weiter in dieses KI-generierte Bild ein. Ja, muss das jetzt geschützt werden, dieses Bild, oder kann das jeder von uns verwenden und kann damit anfangen, was er möchte? Besteht also ein Bedürfnis nach urheberrechtlichem Schutz? Denn alles im Grundsatz, was mit KI erzeugt wäre, würde, sei es Software-Code, sein es Texte, Bilder, Musik wäre im Grundsatz etwas, was in Deutschland durch Urheberrecht geschützt werden könnte, also von der Kategorie des Outputs. Die Frage ist, sollte es geschützt werden? Jetzt kann man natürlich wieder sagen, beliebt, die Hände, die passen ja überhaupt nicht. Die KI kann immer noch keine gescheiten Hände machen. Das ist doch gar nicht schutzwürdig. Aber da muss man sagen, egal ob Kunst richtig schön oder sonst wie ist, ist sie erst mal schutzwürdig im Sinne des Urheberrechts. Da kommt es nicht darauf an, ob etwas richtig oder falsch ist. Natürlich könnte man sagen, KI wird genutzt, um Deepfakes zu machen oder Meinungsmache. Deswegen braucht sie keinen Schutz. Aber auch da kann man sagen, ja, das ist ein Einsatzbereich der KI. Aber es gibt auch ganz viel KI-Output, was völlig unverdächtig ist und was einfach nur zum Nutzen produziert wird. Man könnte auch sagen, naja, man müsste es doch vielleicht auch eher kennzeichnen, dass es hier mit KI generiert ist, sonst wird man ja total an der Nase herumgeführt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Foto, was wir eben gesehen haben, ist tatsächlich nach aktuellem Recht urheberrechtlich nicht geschützt. Hintergrund hierfür ist, dass das Urheberrecht im Grundsatz davon ausgeht, dass nur ein Mensch ein Werk, welches nach dem Urheberrecht geschützt wird, erschaffen kann. Das liegt an der Formulierung, die wir im Urheberrecht sehen, persönlich geistige Schöpfungen. Das heißt also, es muss sich wirklich ein Mensch Gedanken gemacht haben. Jetzt könnte man sich verschiedene Konstellationen überlegen und sagen, naja, die KI macht das ja alles auch nicht von alleine. Es gibt den Prompt. Und hier haben wir auch gerade gesehen bei Boris Eldaxen, er hat sich ja viele Gedanken gemacht über den Prompt. Und es gibt auch noch diese Idee, dass man sozusagen die Maschine nur als Werkzeug einsetzt. Und denken wir vielleicht an andere Werkschaffende zurück, Jackson Pollock mit seiner verrückten Farbspritzmalerei. Auch da kann man ja nicht wirklich sagen, was rauskommt. Er hat halt irgendwie einen Pinsel und wedelt ein bisschen über die Leinwand. Könnte das nicht so ähnlich sein? Hier wird aber gesagt, nein, denn der Algorithmus, der zur Schöpfung führt, ist viel komplexer als ein Pinsel. Und wir alle wissen überhaupt nicht, wie der funktioniert. Und deswegen kann man sagen, reicht es einfach nicht aus, einen Prompt einzugeben in eine KI-Anwendung. Und dann zu sagen, naja, was rauskommt, muss urheberrechtlich geschützt sein. Zur Weiterverarbeitung solcher Outputs kommen wir nochmal. Und wenn man sich jetzt mal das anschaut mit der Frage, wie eindeutig ist das eigentlich? Was kommt raus, wenn man etwas zum Prompten eingibt? Ich habe es mal vor einiger Zeit ausprobiert. Make a graffiti in the style of Banksy. Dann kam erst mal das raus. Alles die gleiche KI-Anwendung innerhalb von weniger Sekunden. Dann hatten wir das, das, das und das. Das war vielleicht noch am nächsten rankommt. Das ist auch vielleicht ziemlich Banksy-like. Aber auf jeden Fall sieht man, ist es unwahrscheinlich unterschiedlich. Das führt uns jetzt wieder in eine ganz andere Richtung. Und da kann man durchaus schon sagen, dass es eigentlich auch richtig ist, die Annahme. Der Prompt alleine kann nicht dazu führen, dass der KI-Output dann urheberrechtlich geschützt ist, weil es einfach zu vielfältig ist. Aber der Prompt wiederum selbst, der kann natürlich urheberrechtlich geschützt sein, einfach als Text, wenn er eben eine gewisse Originalität hat. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft etwas ist, was uns alle bewegen wird. Ein guter Prompt sozusagen kann sehr viel wert sein. Und da ist es möglicherweise eben auch richtig, hier dafür Urheberrechtsschutz zu bekommen, aber nicht für den KI-Output. Wenn wir das anders haben wollten und gerne ein urheberrechtlich geschütztes KI-Output hätten, dann, so lautet im Moment die ernüchternde Antwort, müssten wir das Urhebergesetz schlicht und ergreifend ändern. Denn so, wie es jetzt formuliert ist, kommen wir eben nicht zu einem Schutz des Outputs. Das heißt eben auch dann, wie ich eingangs sagte, jeder von uns kann solche Bilder oder Texte oder Codezeilen verwenden, ohne dass hier jemand dagegen vorgehen kann. Und das zeigt vielleicht auch, dass es dann weniger sicher ist, wenn man mit solchem Output arbeitet, wenn es eben sehr stark darauf ankommt, dass ein Werk geschützt sein soll. Der Boris Eldachsen, ich glaube, für den war das jetzt ein großes Experiment. Zum einen, ob in dem Wettbewerb überhaupt ein KI-generiertes Foto zugelassen werden würde. Das ist soweit gekommen. Und zum anderen wollte er einfach, glaube ich, auch sehen, wie die Öffentlichkeit damit umgeht. Da ging es ihm jetzt weniger darum, dass seine Fotografie als solche geschützt ist. Aber generell lebt er natürlich als Fotograf von diesem Schutz. Und da bleibt es eben spannend, inwieweit dann unmittelbar KI-generiertes Output sich gerade auch in diesen Bereichen durchsetzt. Ja, jetzt wissen wir, Output ist mit Urheberrecht nicht so viel zu wollen. Aber ohne Input gibt es ja auch kein Output in KI-Anwendungen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ein Output rauskommt, was sehr nah an einem bereits existierenden Werk dran ist. Stellen wir uns vor, worst case, man lässt irgendwie einen Text generieren und die KI schreibt sozusagen abplagiiert, ohne dass es kenntlich gemacht wird und ohne dass es bemerkt wird. Weil wir natürlich alle davon ausgehen, dass hier die KI wieder selbst ein eigenständiges Output geschaffen hat. Das ist ein Risiko, was urheberrechtlich tatsächlich immer besteht. Wir wissen eben gerade nicht, wie es funktioniert, wie sehr abgewandelt wird, wie sehr vorbestehendes Input aus den Trainingsdaten unverändert übernommen wird. Und deswegen ist es möglich, dass ein KI-Output auch Urheberrechte Dritter verletzt. Also sozusagen die vorbestehenden Daten eins zu eins oder doch annähernd kopiert, in erkennbarer Weise kopiert. Dazu gibt es auch schon erste Gerichtsverfahren, allerdings nicht in Deutschland. In Deutschland gibt es generell sowieso noch ziemlich wenig Gerichtsentscheidungen zum Thema KI. Aber in den USA sehen wir jetzt, dass es gerade auf diese Schiene geht. Die New York Times beispielsweise führt hier einen Rechtsstreit gegen OpenAI, der genau daran anknüpft. Und die New York Times wirft quasi OpenAI vor, dass das Output, was jetzt die aktuelle Version von ChatGPT produziert, zu nah dran ist an dem Input, welches aus Trainingsdaten von der New York Times gewonnen wurde. Das ist im Einzelnen relativ schwer nachzuweisen. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieses Verfahren ausgehen wird. Es zeigt uns aber auch, wenn es wirklich mal darauf ankommt und wir sagen, naja, es muss jetzt hier ein Ergebnis rauskommen aus der KI, welches wirklich nutzbar ist und risikofrei ist, das wird man so ohne weiteres nicht können. Denn man müsste dann praktisch versuchen, eine Rückwärtssuche zu machen, ob es in digitalisierter Weise schon eben sehr ähnliche Texte, Bilder, was auch immer gibt, wo das KI-Output dann zu nah dran ist. Man könnte das Ganze ausschließen, wenn man eben sagt, man arbeitet in einer geschlossenen KI-Anwendung, die man selbst mit Trainingsdaten bestückt hat. Da weiß man ja, was man reingegeben hat und wie dieses Input aussah. Aber wenn man sich eben auf externe, allgemein zugängliche KI-Systeme verlassen möchte, ist das tatsächlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Sollte man deshalb KI-Systeme nicht nutzen? Nein, das sehe ich ganz und gar nicht so. Und es gibt auch viele Bereiche, wo eben kein wirklich großes Risiko mit einhergeht. Denn was wäre denn eine solche Reaktion auf eine mögliche Urheberrechtsverletzung? Das ist, solange wir uns im deutschen Rechtskreis bewegen, auf jeden Fall erst mal eine sogenannte Abmahnung. Das heißt also, wenn ihr ein KI-Erzeugnis verwendet, wo jemand anderes sagt, Moment mal, das ist doch kopiert, abgeschrieben, sonst was, wird euch diese Person erst mal eine Abmahnung schicken, wo drin steht, bitte unterlasst das. Hier ist das von mir originär hergestellte Werk. Und das, was ihr verwendet, ist eben zu nah dran, entweder eins zu eins oder sehr ähnlich. Und dann soll man die sogenannte Unterlassungserklärung abgeben und müsste dann gegebenenfalls Anwaltskosten übernehmen. Und auch für Schäden aufkommen, die daraus entstanden sind. Aber häufig sind da ja auch keine unmittelbaren Schäden heraus entstanden. Bei Bildern könnte man an fiktive Lizenzgebühren denken. Also das ist jetzt nicht der Untergang des Abendlandes. Aber klar, wenn ich natürlich mein ganzes Business auf KI-Erzeugnisse gründe, dann kann es relativ schnell auch teuer werden. Interessant ist dann dabei, wer ist dann eigentlich schuld? Weil ihr habt es ja nicht in der Hand, was die KI euch ausspuckt. Und hier muss man, das schauen wir uns nachher auch noch mal ein bisschen genauer ansagen, einfach derjenige, der ein KI-Erzeugnis, das Output weiterverwendet, macht es sich zu eigen und haftet dann auch dafür. Aber juristisch wäre es dann gegebenenfalls interessant, wenn man eben sagen würde, naja, ich habe es jetzt nicht mit Absicht abgeschrieben, ich habe das durch eine KI machen lassen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man zumindest dann im Bereich, wenn es darum geht, wie schuldhaft hat man gehandelt, das ist ja immer die Frage, hat man vorsätzlich abgeschrieben in diesem Fall oder fahrlässig, dass man dann auf jeden Fall erst mal nur zur Fahrlässigkeit kommt und eben nicht zu einer vorsätzlichen Eins-zu-eins-Übernahme, was ja schon mal deutlich angenehmer ist. Aber insoweit ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man einfach eine gewisse Vorsicht walten lässt. Ja, wie lässt man diese Vorsicht walten? Deswegen, man sollte erst mal beim Prompting selbst keine urheberrechtlich geschützten Werke in die KI einspeisen. Dazu gibt es nämlich eigentlich keine Rechtsgrundlage. Das ist ja immer so, wenn ich ein urheberrechtlich geschütztes Werk verwende, brauche ich eine Rechtsgrundlage. Das kann beispielsweise ein Lizenzvertrag sein. Das kann eine sonstige, das heißt Schrankenbestimmung im Urheberrecht sein, die einen gewissen Erlaubnistatbestand schafft. Aber im Grundsatz für die kommerzielle Verwendung darf ich eigentlich nicht längere Texte ähnliches in meinen Gegenstand meines Prompts machen. Weiterhin sollte ich dann, wenn es wirklich darauf ankommt, KI-Ergebnisse auch nicht ungeprüft veröffentlichen. Man kann es nicht wirklich nachprüfen, woher die Ergebnisse jetzt stammen. Also das heißt, man kommt eben in die Diskussion und man sollte dann die ganzen Dinge auch nicht ungeprüft weiterverarbeiten. Denn das ist schon auch ein Schlüssel, wo wieder Urheberrechte entstehen können, wenn man eben ein KI-Erzeugnis sich erstellen lässt als Output und dann sagt, naja, ich setze mal darauf auf und mache dann noch was draus. Denn wenn ich dann an einem solchen Code, am Text, am Bild, wie auch immer arbeite, dann entstehen ja auch wieder eigene Urheberrechte. Das sind die sogenannten Bearbeiter-Urheberrechte, sodass ich dann zumindest am neuen Output tatsächlich Urheberrechte haben kann. Da kommt es dann eben darauf an, wie stark sich dieses bearbeitete Erzeugnis von dem ursprünglichen KI-Output unterscheidet. Vielleicht auch insoweit mal einen kleinen Ausflug in die Rechtspraxis. Jetzt wurde gerade in einer halbwegs aktuellen Entscheidung darüber gestritten, ob denn ein Student im Rahmen der Bewerbung für einen Masterstudiengang ein Essay, was er dort einreichen musste, mit KI geschrieben hat. Die Uni, das war die Technische Universität München, ist davon ausgegangen, dass er das getan hat und sie hat auch gesagt, naja, damit hat er gegen unsere Spielregeln verstoßen. Denn wir haben klar gesagt, das Essay muss eigenhändig geschrieben sein und wir gehen davon aus, das hat er hier nicht gemacht, denn wir haben ganz deutliche Anzeichen dafür, dass er KI eingesetzt hat. Und jetzt wird es aus meiner Sicht etwas schräg. Das zeigt aber auch, welche interessanten Blüten die Nutzung von KI jetzt zeigt. Die Uni hat nämlich argumentiert, dieser Student, der schon ein abgeschlossenes Bachelorstudium hinter sich hatte, was er im Übrigen mit sehr gut abgeschlossen hat, hätte den Essay viel zu gut geschrieben. Es seien keine Rechtschreibfehler drin, keine Zeichensetzungsfehler, sein Englisch sei perfekt und außerdem seien die Sätze so perfekt, ohne Wiederholungen. Und die seien sozusagen absolut präzise und das könne gar kein Student leisten. Offensichtlich auch nicht, wenn er gerade mit sehr gut abgeschlossen hat. Und das hat man eben schon als Anhaltspunkt dafür gesehen, dass KI genutzt wurde, obwohl es eigentlich nicht nachprüfbar ist. Denn das, was man auch immer glauben macht, naja, da kommt halt fünfmal dasselbe raus, ist ja gerade nicht der Fall. Und also aus dieser Entscheidung kann man eigentlich nur die Lehre ziehen, wenn man für irgendwie etwas sich bewirbt und solche Sachen vorlegen muss, dass man absichtlich ein paar Fehler einbaut, die man sozusagen einer KI nicht zutraut, um sich nicht verdächtig zu machen, was natürlich total absurd ist. Da ging es jetzt also weniger um Urheberrecht, sondern um die Frage, darf man KI in einem bestimmten Kontext nutzen? Aber das passt ja eben auch nicht ungeprüft veröffentlichen. Vielleicht hätte man auch da einfach nochmal komplett drüber gehen müssen über diesen Essay, der hier dann zum Gegenstand oder das hier Gegenstand der Bewerbung war. Beim KI-Training kann ich natürlich oder muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich keine Urheberrechtsverletzungen begehe. Die Trainingsdatensätze, die ich da reingebe, muss ich mir natürlich anschauen, bevor ich sie freigebe. Die gute Nachricht ist erstmal, Webcrawling, der letzte Punkt auf der Folie, ist im Grundsatz urheberrechtlich zulässig. Das heißt, das steht im Urheberrecht drin, da gibt es ein Paragrafen für, ich darf das Internet grundsätzlich nach Trainingsdaten absuchen und die einfach zum Training nehmen. Dann zwar nicht weiter speichern, sondern nach dem Training wieder löschen, aber für das Training darf ich sie hernehmen. Es sei denn, es wurde ein maschinenlesbarer Nutzungsvorbehalt ausgesprochen. Und diesen Nutzungsvorbehalt finden wir häufig in der Robots-Textdatei. Aber der kann auch beispielsweise in allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen. Das sieht man bei einigen Medienhäusern, die einfach sagen, unsere Erzeugnisse sollen nicht Gegenstand des KI-Trainings sein. Da muss man eben aufpassen, wenn man hier eine KI trainieren möchte. Die Klärung der Rechte-Situation sollte dann auch entsprechend dokumentiert werden. Denn da kann man seine KI auch sozusagen durch das Training ein bisschen vergiften. Rutscht mir da ein Trainingsdatensatz rein, den ich nicht hätte verwenden dürfen aus urheberrechtlichen Gründen für das Training, dann bleibt mir eigentlich nicht sehr viel anderes übrig, als das ganze Training nochmal zu machen. und sozusagen alles andere, was man schon trainiert hat, wieder zu löschen. Denn hier gibt es dann so eine Art Vergiftung sozusagen, die man nicht wieder ohne weiteres wegbekommt. Ja, das wäre jetzt der kurze Exkurs mal zum Urheberrecht. Ich weiß nicht, gibt es dazu im Moment Fragen? Nicht gerne auch nochmal zum späteren Zeitpunkt. Dann würde ich nämlich, wenn das jetzt nicht der Fall ist, im Moment mal übergehen zu einem nächsten Thema, was auch echt zur Falle werden kann, nämlich zum Geschäftsgeheimnis. Geschäftsgeheimnis klingt jetzt erstmal ziemlich weit weg von KI. Und deswegen schauen wir uns doch erstmal an, was überhaupt ein Geschäftsgeheimnis ist. Und das ist relativ komplex, die Definition. Das heißt, ein Geschäftsgeheimnis besteht aus drei verschiedenen Elementen. Das ist auf jeden Fall immer eine Information, die weder insgesamt noch in den genauen Anordnungen oder Zusammensetzungen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt ist oder ohne weiteres zugänglich ist. Und deswegen ist diese Information auch von wirtschaftlichem Wert. Und das Unternehmen, aus dem die Information herrührt, hat dann noch den Umständen nach angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen. Und es besteht eben auch ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung. Diese Definition stammt aus dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Das ist ein weiteres Gesetz, was in Deutschland gilt, aber auch im Übrigen in der gesamten EU, weil das auf eine EU-Richtlinie zurückgeht. Und mit dem Gesetz sollen einfach Geheimnisse, die Unternehmen haben, beispielsweise Kalkulationen, Kundenlisten, Lieferantenlisten, Rezepturen, auch gewisse Codes beispielsweise, die nicht veröffentlicht sind und nicht auslesbar sind, die sollen dadurch geschützt werden. Das ist auch ein wirklich wichtiger Schutz, denn diese Informationen, die Geschäftsgeheimnisse sein können, können nicht durch andere Rechte geschützt werden, sehr häufig. Sie können eben häufig nicht zum Gegenstand eines Patents beispielsweise gemacht werden, sondern sind eben nur technisches Know-how, was aber trotzdem nicht jeder weiß und denjenigen, die es wissen, einen Vorsprung bietet. Diese Geschäftsgeheimnisse, damit umzugehen, ist echt schwierig. Und in meinem nächsten Leben werde ich, glaube ich, einfach gar keinen seriösen Beruf mehr ergreifen, sondern werde mich in den ICE, wenn es den dann nochmal gibt in meinem nächsten Leben, in der ersten Klasse, einfach reinsetzen und zuhören, wie die Geschäftsgeheimnisse ausgeplaudert werden. Das hört man wirklich sehr oft, dass irgendwelche Mitarbeiter von Unternehmen auf Reisen eben telefonieren oder auch am Laptop arbeiten, wo man sehr, sehr, sehr viel Geheimes erfährt. Und deswegen muss man sagen, die Schwachstelle ist ja einfach und definitiv immer der Mensch. Und so wird es auch bei der KI-Nutzung sein. Denn angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen kann auch sein, Vorsicht, 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 Wenn du mit Geschäftsgeheimnissen agierst, dann mach das bitte nicht über ein KI-System, das nicht geschlossen für unser Unternehmen betrieben wird. Denn Geschäftsgeheimnisse, es könnten dann Teil eines Prompts sein. Das ist ja auch verführerisch. Beispielsweise soll man für die Geschäftsleitung zu einem bestimmten technischen Thema oder auch einem bestimmten Thema der Finanzkennzahlen des Unternehmens eine Präsentation machen. Und was wäre es denn nicht Schöneres, als die irgendwie in eine KI-Anwendung einzugeben, die dann die fertige Präsentation ausspuckt? Das ist natürlich schon verlockend. Aber das Risiko ist zum einen, bei manchen KI-Anwendungen kann man ja auch Prompts anderer lesen. Die machen das also transparent. Dann würden mir sozusagen, indem ich mir die Prompts der Mitnutzer anschaue, gleich die Informationen entsprechend geliefert werden. Oder, etwas subtiler, eine KI-Anwendung nutzt die Informationen, die sie aus Prompts gewinnt, dazu, um wiederum selbst ihre KI oder sich selbst zu trainieren. Das ist ein Szenario, was offensichtlich Amazon schon ziemlich am Anfang der KI-Welle des Hypes bemerkt hat, dass möglicherweise über diesen Weg vertrauliche Unternehmensdaten eben zu Allgemeingut geworden sind. Und das heißt, hier muss man wirklich stark aufpassen, dass man eben nicht über das verlockende Prompten die entsprechenden Geheimnisse verrät. Ja, wie macht man das? Keine Geschäftsgeheimnisse, eigene und aber auch nicht fremde, bei Prompts verwenden und auch nicht beim Training. Ausnahme wieder nur dann, wenn ich ein KI-System habe, was exklusiv für mein Unternehmen zur Verfügung steht, weil dann die Schutzmaßnahme ja eben darin besteht, dass diese Information, die Geschäftsgeheimnisse ist, nicht nach außen erlangen kann. Und ansonsten, wenn ich aber merke, Mensch, eigentlich wäre es doch echt nützlich, hier ein bisschen die KI einzubinden, dann sollte man wirklich sachverhaltend die Geschäftsgeheimnisse betreffen, umschreiben oder anonymisieren, also nie mit Echtnamen arbeiten, bei der Nennung beispielsweise von Unternehmen auch keine Details zu Interna geben und insgesamt Vorgänge möglichst stark abstrahieren, dass eben keine Rückschlüsse möglich sind. Und wichtig, dann auch niemals vollständige Dokumente, die unternehmensintern sind, in irgendeine KI einspeisen, die ich eben nicht entsprechend kontrollieren kann. Ja, ist das sozusagen, jetzt vermisse ich hier irgendwie eine Folie, mal gucken. Nö, nee, kommen wir noch später zu. Genau, das führt uns dann auch zum nächsten Thema, nämlich, wer sagt es eigentlich im Unternehmen meinen Mitarbeitenden? Also reicht es aus, wenn man das jetzt irgendwie mal gehört hat und dann sagt man, naja gut, dann werden sich schon alle dran halten. Und da kommen wir zum Thema Arbeitsrecht und auch das Arbeitsrecht hat einige Aspekte, die jetzt gerade, sage ich mal, in eher Anfangszeiten von KI eine große Rolle spielen. Darüber hinaus gibt es noch sehr viele andere. Und womit wir uns hier auch beschäftigen können, erstmal zunächst angenommen, wir benutzen eine KI-Output, um unsere Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis zu erfüllen, muss ich das dann eigentlich meinem Chef, meiner Chefin sagen. Ja, wie hält man es da? Ich weiß nicht, vielleicht auch mal an der Stelle einen kurzen Blick in die Runde. Nutzt ihr das denn zur Erfüllung eurer Arbeitsverpflichtung? Und wenn ja, würdet ihr das offenlegen? Oder denkt ihr, ihr würdet das offenlegen, wenn ihr es zukünftig mehr tut? Gibt es da ein Stimmungsbild? Damit ist gemeint, wenn ich jetzt irgendwie Copilot zur Unterstützung bei einem E-Mail verwende, dass ich dann runterschreibe, diese E-Mail wurde mithilfe von Copilot erstellt. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel zu geben. Es geht darum, irgendwie ein bestimmtes, ja, eine bestimmte Software weiterzuentwickeln. Und ich nutze eben so einen wunderbaren kleinen Assistenten, der mir den Code auswirft. Würde man das dann sagen oder würde man die Lorbeeren eher für sich einheimsen? Ich würde mal annehmen, dass man sich da eher zurückhält, das zuzugeben. Das ist auch, glaube ich, ein, ah, ja, Torben? Ja, also bei unserem Unternehmen ist tatsächlich ganz offen kommuniziert, dass es gewollt ist, dass wir KI benutzen für unsere tägliche Arbeit, um sie uns zu erleichtern. Insofern stellt sich mir nicht die Frage, ob ich es runterschreibe, sondern ich kann davon ausgehen, dass zwei Drittel der Leute das einfach auch nutzen. Und dementsprechend ist das ein ganz offener Umgang da. Ja, ja, also genau. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Die sieht man auch noch. Und es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen darauf an, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich lasse mir ein Protokoll zusammentickern aus irgendeinem Meeting und packe das sozusagen in eine E-Mail-Form über Co-Pilot, würde ich sagen, da gibt es eigentlich keinen Grund, dass ich das offenlegen muss. Allerdings, wenn ich etwas schaffe, wo ich sozusagen, wo eigentlich Nutzungsrechte daran entstehen oder wo ich vielleicht auch dafür einstehen muss als Unternehmen, dass es eben frei von Rechten Dritter ist, das könnte eine Bildkampagne in einer Werbeagentur sein, es kann aber eben auch Software sein oder Ähnliches, da würde ich sagen, ergibt es sich aus der immer viel zitierten arbeitsrechtlichen Treuepflicht, dass es eben doch eine Offenlegungspflicht geben kann, dass ich hier KI eingesetzt habe. Und was ich da auch sehr interessant finde, das scheint auch ein deutlich emotionaleres Thema zu sein, als ich das zunächst erwartet hatte. Schon vor ein paar Monaten hat der Burda Verlag eine Kochzeitschrift, also eine Ausgabe in einer bestimmten Reihe einer Kochzeitschrift rausgebracht und da stammten alle Rezepte und alle Fotos waren KI generiert und das war nicht offengelegt. Und das hat echt zu einem richtigen Aufschrei irgendwie geführt, wo ich dachte, naja, ehrlich gesagt, I couldn't care less, wer jetzt dieses Kochrezept gemacht hat, ob das jetzt ein Mensch war oder ein Roboter, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie die abgefahrenste Sterneküche oder Ähnliches, wo man vielleicht noch sagen könnte, da kommt es irgendwie gerade darauf an, dass ich die Zeitschrift kaufe, weil ich eben ein Rezept in einer bestimmten Liga erwarte. Aber da war die gefühlte Wahrnehmung ganz anders. Und auch gerade, was beispielsweise Presseveröffentlichungen anbelangt, da bringt man auch definitiv Journalisten noch ein viel größeres Vertrauen entgegen als KI-System, wo man auch sagen würde, es gehört vielleicht zur guten journalistischen Praxis, darauf hinzuweisen. Allerdings bietet es sich so oder so an, je nachdem, was ich als Arbeitgeber möchte, tatsächlich hier eine klare Regelung zu treffen. Wir haben jetzt ja gehört, es gibt Unternehmen, die sagen, hey, nutzt KI, wir machen uns das Ganze hier zu nutzen. Warum auch nicht? Denn ohne KI werden wir einfach überholt und sehen da ein bisschen alt aus. Die Frage, darf ich als Arbeitgeber vorgeben, dass wir KI-Tools nutzen, ja oder nein? Ja, das darf ich. Und zwar ergibt sich das aus dem ganz allgemeinen Weisungsrecht des Arbeitgebers. Das findet sich auch in einer sehr alten Regelung, nämlich in Paragraf 106 der Gewerbeordnung. Und da sagt die Gewerbeordnung sozusagen sinngemäß von der Idee her, der Arbeitgeber, das Unternehmen trägt eben auch das wirtschaftliche Risiko und deshalb darf das Unternehmen auch vorgeben, im Grundsatz, wie gearbeitet wird. Also das Ob der Nutzung kann entweder eine Verpflichtung auch zur Nutzung bestimmter KI-Systeme umfassen oder etwas softer auch nur eine Anregung. Vielleicht ist das im Moment auch eher das Gebot der Zeit. Und es kann aber auch umgekehrt sein, dass man eben sagt, nein, bei uns dürfen KI-Systeme überhaupt nicht genutzt werden. Das ist zum Beispiel was, was in der Branche, aus der ich komme, jetzt im Moment noch weit verbreitet ist. Für die Bearbeitung von juristischen Mandaten darf ich natürlich nicht irgendeine KI nutzen, auch wenn es praktisch wäre, die da draußen so rumschwirrt. Das wäre in aller Regel eine Verletzung des Mandatsgeheimnisses. Da muss ich mich um KI-Anwendungen kümmern, die sozusagen dann separiert für meine Kanzlei laufen, bevor ich davon Nutzen ziehen kann. Was davon natürlich nicht umfasst ist, wenn ich abstrakt mir irgendwie ein Urteil, was schon längstens da ist, was auch nicht meine Mandantschaft betrifft, zusammenfassen lassen will. Das kann ich natürlich über eine KI machen lassen, aber eben nicht aktuelle Fälle lösen lassen. Und da gibt es dann eher sehr restriktive Angaben. Ich habe eben auch schon mal das Thema Werbeagenturen angesprochen. Da ist es, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es gibt Kunden der Werbeagenturen, die gerade wünschen, KI-generierte Kampagnen zu bekommen. Und es gibt aber auch Kunden, die das deutlich ablehnen. Und klar, wenn ich Kunden habe, der das deutlich ablehnt, muss ich mich auf meine Mitarbeitenden verlassen können, dass sie mir eben aufrichtig sagen, ob sie dafür KI eingesetzt haben oder nicht. Natürlich kann man sagen, stellt sich dann die Frage, was meine ich denn da eigentlich mit KI-Nutzung, die erlaubt oder verboten ist? Ist schon das Brainstorming vielleicht etwas, was offen zu legen ist oder zu unterbleiben hat? Oder kann ich das sozusagen als Austauschmedium nutzen, das vielleicht auch über das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen hinausgeht? Da wird man sich sicherlich noch mal Gedanken machen müssen, wie das dann zu meinen ist. Und dann ist eben die Frage, wie ich sie nutzen soll. Das betrifft zum einen Tools, aber auch, wofür sie angewendet werden. Und das könnte man in einer solchen Richtlinie niederlegen. Ehrlich gesagt sind da aus meiner Sicht Unternehmen im Moment noch relativ schwach aufgestellt. Es gibt hin und wieder mal so Ermutigungen. Wir wollen auch den Schritt gehen, sozusagen den nächsten Step bei der Entwicklung nicht verpassen. KI ist gekommen, um zu bleiben. Wir sind auch dabei. Das ist sicherlich da noch nicht eine echte Richtlinie, weil mit einer Richtlinie kann ich ja auch immer im Umkehrschluss sozusagen etwas erreichen, indem ich nämlich möglicherweise auch arbeitsrechtliches Fehlverhalten damit ahnte, wenn ich gegen eine solche Richtlinie verstoße. Und da bin ich eben auch sehr sicher, dass das etwas ist, was in Zukunft mehr kommen wird, worauf man als Arbeitnehmer achten wird und umgekehrt, was man eben aber auch als Arbeitgeber entsprechend einführen sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist doch schon so viel geregelt und ich gebe doch meinen Mitarbeitenden auch nicht vor, ob sie einen Bleistift oder einen Kugelschreiber benutzen, wenn eben sozusagen alles im Unternehmen bereitgestellt wird. Und ist das denn nicht einfach auch ein bisschen Erbsenzählerei, Überregulierung oder brauche ich das wirklich? Ich habe kürzlich bei einer KI-Anwendung die folgenden beiden Prompts gesehen. Die X, die ihr im Moment seht, verbergen einen echten Markennamen. Den habe ich jetzt hier mal aus Gründen des Respekts und des Versuchs, eine Rechtsverletzung nicht noch zu vertiefen, ausge-ixt. Make a cute and colorful character for the brand X. It makes nutritious and delicious protein bars from hemp present it on a packaging label. Und dann nochmal ähnlich. Make packaging for a brand called X. The brand is selling hemp protein bars. The product is nutritious, tasty and nice to look at. People enjoy this protein bar very much. The packaging has cute characters on it. Ja. Das waren die beiden Erzeugnisse, die hier rauskamen. Ich habe hier auch den jeweiligen Markennamen mit einer Farbe überdeckt. Denn ich habe dann ein bisschen rumrecherchiert. Und es gibt tatsächlich ein Unternehmen, ein relativ junges Unternehmen, was offensichtlich mit dieser Marke auf dem Markt unterwegs ist. Und wo sich jetzt hier möglicherweise ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat versucht, inspirieren zu lassen, durch eine KI wieder in die Produktverpackung aussehen könnte. Und das sozusagen, also es ist unter dieser Brand unterwegs, aber hat noch keine registrierte Marke. Und wenn ich jetzt natürlich ganz böse bin, könnte ich jetzt schnell diese Marke für Proteinriegel auf der Basis von Hanf oder so ähnlich schützen lassen. Das reine Wort. Und dann hätte dieses Unternehmen erst mal ein Problem. Natürlich weiß ich jetzt anhand des Prompts noch nicht, in welchem Territorium die aktiv sein wollen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Markenanmeldung für die gesamte EU, für die USA und vielleicht noch für England, deckt einfach ein großes Gebiet ab. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich doch da zumindest einen Markt erwische, wo das Unternehmen aktiv sein möchte. Und das hat jetzt eben tatsächlich diese arbeitsrechtliche Komponente bei einer Richtlinie. Hätte man vielleicht eher gewusst, dass man den Prompt tatsächlich nur so eingegeben hätte, wie ich ihn jetzt hier geschrieben habe, nämlich mit diesen XXX. Dann hätte keiner etwas damit anfangen können. Und die Erkenntnis, dass irgendjemand Proteinriegel auf Hanfbasis anbietet, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so innovativ. Also das gibt es ja auch schon. Das wäre auf jeden Fall gut gewesen. Denn für die Nutzbarkeit des Ganzen wäre es jetzt ja nicht so wichtig gewesen, den Markennamen hier wirklich noch zu sehen im ersten Schritt. Den hätte man auch noch selbst auf diese Verpackungen einfügen können. Und das hätte das Ganze schon mal sehr viel besser gemacht. Und das führt uns auch wieder zu dem Thema zurück, wo wir eben gerade herkamen, nämlich zum Geschäftsgeheimnisschutz. Bevor ein solches Produkt noch nicht gelauncht ist, ist es natürlich im Grundsatz ein Geschäftsgeheimnis, dass ich unter dieser Marke jetzt etwas Besonderes vorhabe oder dieses vorhabe. Und deswegen wäre es tatsächlich hier deutlich besser gewesen, vorsichtiger zu sein. Kann ich dann einen solchen Prompt eben auf einen bestimmten Mitarbeiter im Unternehmen zurückführen und ich habe eine entsprechende Richtlinie, die das untersagen würde. Dann kommt man hier in den Bereich der Zulässigkeit einer arbeitsrechtlichen Abmahnung. Dass das jetzt für eine außerordentliche Kündigung reicht, glaube ich wiederum auch nicht im ersten Ansatz. Aber auf jeden Fall eine Abmahnung, wo ganz klar und deutlich gesagt wird, hey, so geht es halt nicht, so kann man nicht agieren. Und das zeigt auch, also ich habe jetzt nach diesem Beispiel nicht wirklich lang gesucht. Es ist mir quasi vor die Flinte gelaufen und bei der konkreten KI-Anwendung findet man das sehr häufig, dass Logos kreiert werden sollen oder ähnliches. Und das ist natürlich einfach schwierig, weil im Markenrecht oder auch im Designrecht gilt halt einfach der Grundsatz, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn ich eben dem etwas entnehme, kann ich mich darauf stürzen, mir die Idee zu eigen machen, Marken anmelden, Designs anmelden. Denn es gibt natürlich auch noch sowas wie eine bösgläubige Markenanmeldung, wenn ich das eben mache, weil ich gar nicht selbst da aktiv werden will. Aber das kann ja sein, ich habe keine eigene Idee und sage dann, oh ja, Proteinriegel auf Basis von Hanf wollte ich immer schon mal machen, mache ich das eben jetzt und nehme die Marke, weil sie mir so gut gefällt. Und dagegen wird man dann auch mir nicht viel entgegenhalten können. Und das bedeutet dann im Prinzip für das Unternehmen, was eigentlich erst die gute Idee hatte, dass es sich eine weitere Idee suchen muss. Und von daher ist es tatsächlich ein nicht übertriebener Regulierungswahn und zeigt auch, glaube ich, noch mal ganz eindrücklich, wie vorsichtig wir selbst alle sein sollten, bevor man etwas irgendwo eingibt. Jetzt haben wir ja eher über Geschäftsgeheimnisse gesprochen und auch noch mal gezeigt, wie die im Kontext auch gerade mit dem Arbeitsrecht geschützt werden können. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was beim Thema KI aber ja auch in aller Munde ist, ist das Thema Datenschutz. Datenschutz sind ja auch Informationen. Also könnte man sagen, spielen irgendwie so auf derselben Liga wie Geschäftsgeheimnisse, was im Grundsatz stimmt. Allerdings sind personenbezogene Daten nicht noch mal zusätzlich durch ein Unternehmen zu schützen, damit sie in den Genuss durch das Datenschutzrecht kommen. So ist es ja bei Geschäftsgeheimnissen. Sondern das Datenschutzrecht konkret für uns, die DSGVO, gibt eben klar vor, wann wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Und wichtig zu wissen, auch gerade wenn man vielleicht selbst an KI-Systemen arbeitet, ich brauche immer eine Rechtsgrundlage. Denn die DSGVO sagt erst mal grundsätzlich, ein beliebtes juristisches Wort, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten verboten, Punkt. Es sei denn, und dann gibt es bestimmte Ausnahmetatbestände, die eben sogenannte Erlaubnistatbestände darstellen. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass es nicht reicht, wenn ich irgendwann mal für ein personenbezogenes Datum, was ich irgendwie im Zusammenhang mit KI verwende, mal eine Rechtsgrundlage hatte. Ich brauche die Rechtsgrundlage tatsächlich auf jeder Stufe. Also, wenn ich mit personenbezogenen Daten eine KI trainieren möchte, brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Wenn ich, um die Daten überhaupt erst mal zu sammeln, das ist der erste Schritt, dann brauche ich die Rechtsgrundlage, um das Training durchzuführen. Dann brauche ich eine Rechtsgrundlage, um diese entsprechend trainierte KI-Anwendung zur Verfügung zu stellen, also auszurollen. Dann brauche ich eine Rechtsgrundlage für die Nutzung der KI-Anwendung. Insbesondere auch dann, wenn ich selbst personenbezogene Daten eingebe zur Nutzung der KI. Das ist etwas, was man ja auch in Unternehmen häufig im HR-Bereich findet. Mach mir mal schnell ein Organigramm von der Abteilung XY, da arbeiten folgende Mitarbeiter. Ganz schwierig, weil das eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist, wenn ich hier eben mit Klarnamen arbeite. Und natürlich auch, wenn mein KI-Output personenbezogene Daten enthält, brauche ich auch eine entsprechende Rechtsgrundlage. Ganz oft hört man in diesem Kontext das berechtigte Interesse. Das ist ohnehin eine der beliebtesten Rechtsgrundlagen im Datenschutzrecht. Und das kann auch durchaus sein. Also berechtigtes Interesse ist immer, wenn die Nutzung der personenbezogenen Daten durch den Nutzer sozusagen mit einem höheren Interesse, mit einem höheren Gewicht verbunden ist, als eben das Interesse der Person, der die personenbezogenen Daten zuzuordnen sind. Da muss ich aber wirklich immer eine Abwägung machen. Und schwierig ist an dieser Rechtsgrundlage auch, die betroffene Person kann jederzeit hier auch Einwände dagegen erheben. Also das ist nicht ganz ohne. Wie kann man das vielleicht besser machen oder woran sollte man überhaupt achten, wenn man KI im Unternehmen datenschutzrechtlich einführt? Es sind natürlich ganz viele verschiedene Einzelfallfragen, die auch sehr von der jeweiligen KI-Anwendung abhängen. Generell kann man sagen, wenn ich eine KI trainieren möchte und dazu personenbezogene Daten verwenden möchte und ich auf eine Einwilligung zurückgreifen muss, wird es wirklich schwierig. Denn Einwilligung, wissen wir alle, kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Denn das ist also ganz und gar nicht der Joker der Datenverarbeitung, so wie es ja relativ häufig eigentlich immer heißt. Ja, dann hol dir doch eine Einwilligung. Das ist wirklich schwierig. Und gerade auch im Abhängigkeitsverhältnis, sei es ein Arbeitsverhältnis oder Ähnliches, ist es ohnehin nochmal besonders schwierig, eine wirksame Einwilligung zu bekommen. Viel besser sieht es schon aus, wenn man den Weg der Anonymisierung geht. Denn immer, wenn ich personenbezogene Daten anonymisiere, wird es plötzlich ziemlich leicht, denn die DSGVO spielt gar keine Rolle mehr. Das heißt, ich muss mich um dieses ganze lästige Thema Datenschutzrecht überhaupt nicht mehr kümmern. Und das ist eigentlich etwas, was ich hier auch vorliegend stark empfehlen würde, wirklich zu schauen, wenn personenbezogene Daten beim KI-Training oder bei der KI-Nutzung ins Spiel kommen, kann ich nicht mit Anonymisierungen arbeiten. Das wäre wirklich etwas, was weiterhilft und was eben dann auch hier weniger Probleme verursacht. Anonymisierung heißt eben, dass letztendlich anders als bei der Pseudonymisierung der Rückschluss auf die betroffene Person nicht mehr zulässig ist. Und gerade wenn ich mit großen Datenmengen operiere, was ja bei der, weil es bei KI-Training zwangsläufig ist, dann ist das sicherlich ein sehr guter Schritt. Ja, dann haben wir noch etwas, die Datenschutzfolgenabschätzung. Das ist etwas, was man bei der Einführung von KI-Systemen im Unternehmen auf jeden Fall berücksichtigen muss. Und berücksichtigen trifft es eigentlich gar nicht, das ist das falsche Wert. Man muss es tun, die Datenschutzfolgenabschätzung. Man muss sie durchführen und dann entsprechend letztendlich damit eine Analyse machen, ob durch den Einsatz der KI-Anwendung ein besonderes Risiko für Personen besteht, das sich durch die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ergibt. Und das ist entsprechend zu dokumentieren. Wenn Risiken vorhanden sind, die sich beispielsweise daraus ergeben könnten, dass eine KI-Anwendung möglicherweise an Biases leidet sozusagen, dann müsste man sich überlegen, durch welche risikomitigierenden Maßnahmen eben hier entgegengewirkt werden kann. Und diese Maßnahmen müssten dokumentiert und entsprechend umgesetzt werden. Diese Datenschutzfolgenabschätzung ist wirklich etwas, was ich im Moment jedem raten würde, der KI im Unternebeneinsatz auch zu machen. Und gegebenenfalls, wenn man sie nicht vor der Einführung gemacht hat, auch doch noch nachzuholen. Denn sollte es hier ein Thema geben und sollte mal eine Datenschutzaufsichtsbehörde involviert werden, ist das immer etwas, wonach gefragt werden wird. Habt ihr denn die Datenschutzfolgenabschätzung überhaupt gemacht? Und von daher sollte man hier nicht schlampen, auch wenn das eine ziemlich aufwendige oder lästige Übung ist und manchmal auch gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Denn wenn ich mich bei ganz allgemein verfügbaren KI-Anwendungen bediene, habe ich oft gar nicht alle Informationen, die hier tatsächlich eine Rolle spielen. Aber dann muss ich das eben so gut machen, wie es nur irgendwie geht. Und wenn zu viele Leerstellen bleiben, dass mir einem so gar nicht die Funktionsweise klar ist, gerade wenn es eben um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, dann müsste ich auch tatsächlich von der Nutzung absehen. Ich habe von vereinzelten Datenschutzaufsichtsbehörden so irgendwie für mich das Signal mitgenommen, man möchte auch hier den Weg im Grundsatz positiv begleiten, wie es immer so schön heißt. Und man möchte sich nicht technikfeindlich zeigen. Es gab ja ganz am Anfang, als auch JGPT sozusagen massentauglich wurde, schon auch Datenschutzaufsichtsbehörden, die mit umfangreichen Fragenkatalogen auf den Hersteller OpenAI zugegangen sind und wirklich viele Fragen hatten. Aber nichtsdestotrotz, beispielsweise in Baden-Württemberg hat jetzt der oberste Datenschützer erklärt, in seinem Tätigkeitsbericht für das zurückliegende Jahr, dass er sogar unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz von JGPT im Schulunterricht durch die Schüler selbst, also die Nutzung durch die Schüler selbst für möglich hält. Diese Voraussetzungen erscheinen jetzt auch nicht völlig unmöglich umzusetzen. Das ist für mich schon ein Signal, dass man eben diesen Weg gehen will. Aber doch immer mit dem Hinweis, man soll doch zumindest das tun, was man tun kann, nämlich eben die Voraussetzungen der DSGVO doch zu beachten. Dazu gehört die Datenschutzfolgenabschätzung und dazu gehört aber auch die Erfüllung der Informationspflichten nach Artikel 12 fortfolgende DSGVO, wenn eben personenbezogene Daten mittels KI verarbeitet werden, muss ich darüber unter Umständen mit einer besonderen Betrachtung nochmals informieren. Denn auch das kann man sagen, hier gibt es einfach kein Sonderrecht für KI, sondern eine KI-Anwendung ist dann im Prinzip eine normale Software und da muss ich das alles genauso machen, wie ich das sonst auch für andere Softwareprodukte mache. Ja, im Einzelfall kann das natürlich wahnsinnig komplex sein und da können auch noch ganz viele andere weitere datenschutzrechtliche Themen lauern. Vielleicht nochmal ein Stichwort, keine automatisierte Einzelfallentscheidung, das ist ja immer so unser Albtraum. Wir wollen irgendetwas und unser Begehr wird nicht mehr durch einen echten Menschen beschieden, sondern durch eine KI, die dann den Daumen hoch oder runter macht und man weiß überhaupt nicht so richtig, wir denken an meine Banksy-Beispiele vom Anfang zurück, nach welchen Regeln hier gehandelt wird und das ist natürlich wirklich nicht ganz im Sinne des Erfinders und auch da müsste man besonders vorsichtig sein. Jetzt kommen wir nochmal zum beliebten Haftungsthema. Damit versuchen ja auch viele eher KI-kritisch eingestellte Menschen, der Nutzung von KI so ein bisschen entgegenzutreten. Ja, man weiß ja gar nicht, was da rauskommt und alles ganz schlimm und böse. Die KI kann ja Fehlentscheidungen treffen. Ja, sicher kann sie das, aber auch jeder Mensch kann Fehlentscheidungen treffen und tut es auch natürlich und auch im beruflichen Kontext, auch wenn es nicht vorkommen sollte. Und hier gibt es erstmal auch gar kein spezielles Haftungsrecht. Wenn ich KI-Output nutze, dann mache ich mir das zu eigen und dann hafte ich auch für daraus entstehende Fehler. So ist es nun mal. Da kann ich jetzt auch nicht wirklich von abkommen und diese Verantwortung für den Fehler beispielsweise grundsätzlich dem Hersteller der KI-Anwendung zuschieben. Das funktioniert so nicht. Wir sprechen auf EU-Ebene zurzeit über weitere Haftungsregime. Es gibt eine EU-Haftungsrichtlinie, die aber jetzt diesen Grundsatz auch nicht antasten wird. Da geht es beispielsweise eher darum, um das Thema Produkthaftung, Herstellerhaftung. Das kennen wir ja auch aus ganz anderen Bereichen. Wenn etwas, sozusagen ich ein Produkt kaufe, was einen Schaden verursacht, kann ich mich auch immer gegen den Hersteller richten, auch wenn ich mit dem gar nicht den Kaufvertrag abgeschlossen habe. Also beispielsweise, ich kaufe ein Auto von einem selbstständigen oder unabhängigen Autohändler, der das einfach als Neuwagen verkauft. Und es entsteht hier noch innerhalb der Gewährleistungsfrist irgendwie ein Mangel hoch. Und ich werde durch den Mangel, kommt es zum Unfall, bei dem ich schwer verletzt werde, kann ich mich dann eben sowohl gegen den Autohändler richten. Mit dem habe ich ja den Kaufvertrag geschlossen. Das ist das eigentliche Rechtsverhältnis für die Abwicklung aller Ansprüche. Aber ich kann mich auch gegen den Hersteller unmittelbar oder an den Hersteller unmittelbar halten, weil eben eher im Sinne der Produkthaftung dafür einsteht. Und so etwas könnte es auch für KI geben. Da wird allerdings noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Das wird auf jeden Fall eher ins Jahr 2025 gehen, bis man sich hier wirklich einigen kann. Spielt das in der Praxis ein? Ist das von Relevanz? Ja, ich habe zum Beispiel einige Zeit lang auch mal mein Datum-Pumpensektor beraten. Da war schon KI recht früh im Einsatz. Und an bestimmten, an dem Messen der Strömungsgeschwindigkeit unter anderem und noch an vielen anderen Kriterien konnte man sehen, ob die Pumpe bald erneuert werden muss oder ob sich in dem Bereich, wo die Pumpe eigentlich zum Einsatz kommt, ein Fremdkörper gebildet hat, der sozusagen nicht mehr abgepumpt werden kann und alles verstopft. Das kann beispielsweise, wenn wir an große Abwassersysteme denken, von entscheidendem Vorteil sein, wenn ich eben weiß, das wird jetzt langsam so ein bisschen träger, der Fluss. Und ich muss da jetzt was tun, eben bevor eine riesen Verstopfung da ist. Das ist etwas, was für den Hersteller natürlich toll ist. Aber der Hersteller sagt auch, naja, die KI macht das ja. Das macht ja keine menschliche Berechnung und müssen wir wirklich dafür haften. Ja, das ist so, weil ich eben das ja anbiete, dass die KI das hier auch entsprechend erkennen kann. Ja, das wäre jetzt mal so ein wenig das, was ich euch in einem Parforsritt durch diverse Themen mitgeben wollte. Und ich glaube, wir sind einigermaßen in der Zeit, Adrian. Glaube ich, in fünf Minuten geht es direkt weiter. Und entweder nutzen wir die fünf Minuten noch für Fragen, falls sie da sein sollten. Oder wir erholen uns alle ein bisschen und sind voller Vorfreude auf den nächsten Vortrag. Keine Fragen mehr offen. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall mit allen Themen, die da noch kommen, einen wunderschönen Nachmittag noch. Ja, vielen Dank.